So, wir farmen heute, also was heißt wir farmen, wir versuchen jetzt mal was, ähm, und zwar in Dust Tower. Wir sind hier zu zweit, äh, wir finden einfach keine Mitspieler. Ähm, ich hab keine Ahnung was uns erwartet. Ähm, ja, hab ich, hab ich recht? Ich hab recht. So, okay. Äh, wir waren noch nie drin, ich hab keine Ahnung was uns da erwartet. Es gibt auf all Fall einen Easy Mode. Ich weiß nicht, inwiefern ist das Ganze jetzt da funktioniert und so. Ob es irgendein Scaling gibt, ob man hier wie, ähm, ähm, äh, ach nee, warte mal, den wollte ich gar nicht rein. Ups. Äh, ob es wie, ähm, ähm, Colosseum es ja Sinn macht, irgendwie mit weniger Spielern zu machen oder so, ich hab keine Ahnung, ich weiß wirklich nichts. Okay, so. Ah, ha, 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 ich würde sagen, let's go. Ähm, ähm, das an, das an. Äh. Warten wir erstmal testen, wie viel Damages die machen. Äh, die machen gar kein Damage. Nein, ich wollte nicht so lange Lingerd machen. Hä, okay, äh, okay, das ist... Das ist ja entspannt. Wie viel machen die? Hä, die machen auch kein Damage. Hä? Okay, ja, wir müssen mal abwarten. Gibt's... Ach, wir kriegen hier schon Crystals dafür. Lass mich raten, die sind auch... Hä? Ach, Katzi ist nicht mit dem Ranger drin. Ich bin ja gerade schon so ein bisschen verwirrt, irgendwie. Ja, was ist das? Ich dachte, wir jetzt... Jetzt werden wir hier komplett... ...aus dem... ...aus dem Leben. Ah, oh. Ja. Immer schön chinksen. Äh, okay, müssen wir satschen. Bisher noch nicht. Ähm, ich mach mal noch Ding an hier. XP Stop. Irgendein Beat ist aus. Ich weiß nicht, welches das ist. Regt mich jetzt schon auf. Ähm, da und hier. Wieder mal bei... So, okay, jetzt haben wir komplett. Ähm, ja, also bisher ist das recht entspannt irgendwie. Wir können mal noch irgendeinen Power-Up aktivieren hier. Level... Level 2 reicht eigentlich. Ähm... Ja, ja, ja. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen aktuell. Ich mein, der Damage ist ziemlich krass eigentlich. Also, für meine Verhältnisse ist es krass. Ähm... Ich mach momentan selbst ohne... Also natürlich jetzt nicht hier. Aber zum Beispiel bei den Kager-Staten mach ich ungefähr eine Million Damage. Ähm, ohne Holy Cross. Beim Leveln mach ich ungefähr auch. Das mach ich so ungefähr so 700. 750 K. Irgendwie so ein Dreh, glaub ich. Ähm, das ist schon ziemlich gut eigentlich. Und damit kommt man schon relativ gut durchs Leben eigentlich. Ähm... Ich weiß es nicht, ob's hier verreichen wird. Ich mein... Okay, wir haben ein Zeitlimit, welches relativ eng ist. Und natürlich auch noch so ein natürliches Zeitlimit, weil man natürlich nicht ewig brauchen will dafür. Sind die easy? Ey, sind die easy? Voll geil. Ja gut, also soweit... Soweit klingt... Oder soweit sieht es echt ganz gut aus irgendwie. Ich hab so Schiss, dass hier gleich irgendein Mob kommt, welcher sauviel AP hat und uns einfach wegbombt. Seht ihr hier? Knapp 800 K. der Match. Schon ziemlich gut. Wahrscheinlich ist das halt einfach echt so ein Ding, was wir schon die ganze Zeit machen hätten können. Ach ja, by the way. Ähm, falls ihr nicht wisst, wo wir aktuell sind. Wir sind im V21... Oder V22 Dungeon. Ähm, aus dem Offi. Das ist diese riesige fliegende Burg, die man neben dem Tramnok sieht. Ich glaube, die ist links neben dem Tramnok oder so. Ne, warte mal. Im Offi ist die teilweise woanders. Ich glaube, im PC-Offi ist die... In der Nähe vom Tramnok. Ähm, in Flive Universe ist die, glaube ich, zwischen Flaris und Darkon drüben. Also, äh... In dieser Zwischending, wo diese Rockypeller oder so da rumgeistern. Ja, das ist... Genau. Wobei ich sagen muss, mit Kolossierung gibt es irgendwie... Ähm, besseren Stuff. Ich weiß halt echt nicht, ob es hier irgendein HP-Scaling gibt. Also, wenn es hier ein HP-Scaling gibt, dann sind wir natürlich... Also, wir sind jetzt nicht komplett irgendwie da... Äh... Mit einem Kack-Team drin oder so. Also, ich meine, ein Ringmaster ist immer gut. Ähm, ein Ringmaster ist wie ein zweiter DD. Äh, ein Tank schadet halt auch nie. Ich meine, das Ding macht hier 4K-Block oder so. Also, ich meine, ich habe natürlich was gelesen. Ähm, ich habe wirklich ein bisschen nachgelesen. Äh, man kann, glaube ich, dann die... Die, äh... Speziellen Oris da kaufen. Also, diese... Diese Monster-Stones, meine ich. Ähm, mit denen man einen fünften Monster-Sockel reinmachen kann. Ähm... Also, gefühlt, ich muss sagen, es farmt alles keiner irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ähm, also, wir haben es natürlich auch nicht gefarmt, aus Unwissenheit. Aber... Wirklich jetzt mal so rein vom Gefühl her. Wer farmt das bitte? Es farmt keiner. Also, und ich meine so wirklich mal so in Bezug auf Shops oder so. Wenn es halt jemand farmen würde, dann würde man es halt irgendwie sehen in den Shops. Also, dann würden die Leute halt irgendwie diese Crystals verkaufen. Ich meine, klar, das sind ein paar, aber... Äh, lass uns mal nachschauen. Was haben wir da? Sand Crystals. Keine Blahn. Aktuell wird kein einziges Ding verkauft. Was meine ich? Es ist farmtag keiner. Ach ja, dann hat der Gehalt. Ich wollte gerade sagen, hey, warum... Warum ist denn wieder full live? Ich fuhr übrigens aktuell, ergriffen meine Daily Challenge. Nicht wundern. Oh Gott. Scheiße, ich mach jetzt die ganze Zeit linkern. Ja gut, aber ich muss sagen, das kann man halt machen. Gib mir eigentlich XP hier, die Viecher? Wäre doch geil. Ne, geben keine XP. Okay. Okay. Nein. Oh fuck, ich mach die an. Ich soll, glaube ich, echt keine Party haben. Egal, genug Punkte. Ja, ja gut, okay. Aber die Dinge gehen auch schon down. Alles gleich Elemente und so weiter. Also bisher ist das echt easy. Also ich weiß, was wir hier machen. Also was wir hier noch kriegen kann oder könnte. Ähm... Und zwar gibt's diese... Mh... Wie heißen die? Sphere Crit. Also diese Sphere Crit Sachen gibt's hier noch dafür. Es fühlt sich leicht laggy teilweise an. Also... Vielleicht ist auch noch so die Erwartung, dass es gleich ruckelt oder so in viele Mobs spawnen. Wenn man es aus Fly Fire von damals auch gewohnt ist. Aber es fühlt... Also in meinem Kopf ist es halt irgendwie laggy. Aber ja, ich muss sagen, das geht halt echt irgendwie. Der einzige Haken ist, man muss das Endless Tower einmal komplett abschließen. Also ja, ein Endless Tower, der halt nicht... Endless ist auch so ein Meme, aber... Naja, jedenfalls muss man abschließen. 25 Stufen. Ich glaube 25 Stufen. Soweit ich mich richtig erinnere. Ähm... Ist natürlich schon ein bisschen Aufwand hier. Ich meine, wie langsam wir hier aktuell drin. Steht nicht dabei, okay. Ähm... Powerups. Acht Minuten aktuell sind wir drin. Ich meine, ich glaube, es ist bei Stufe 25.000 noch ein bisschen. Das ist schon noch mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden. Aber... Ich meine, gut siebenmal die Woche, einmal am Tag. Kann man es machen. Also man kann es siebenmal auf einmal machen. Aber halt so... Idealerweise macht man es halt ein bisschen aufgeteilt. Und halt nicht alles auf einmal. Bitte wundert mich nicht. Aber diese Viecher sind immer geil. Ich weiß nicht, ob die hier original Flyphes sind, aber... Warum sehen die aus wie ich... Ich... Zeig nix. Wie vor mir YouTube wieder für irgendeine scheiße Band. Aber... Ich bin nicht der Einzige, der hier gerade was anderes sieht an diesen Viechern, oder? Also ihr seht ja auch irgendwie was anderes, oder? Ich frage nur. So, Stufe 15 mit dem Boss. Ja gut, okay. Also scheinbar ohne Skills. Ist das irgendwie auch angenehm. Ähm... Hätten wir es gewusst, dass die auf dem Easy Mode keine Skills haben, dann hätten wir es halt noch einen zweiten Ranger mitgenommen. Also hier Katsis Ranger. Aber... Ja... Also ich mein... Ich schreibe es eben ganz kurz. Äh... Also bisher sieht es machbar aus. Ich mein, Zeit ist auch wirklich auf unserer Seite. Es sieht halt wirklich legit machbar aus. Jetzt ist halt die große Frage, ob man halt... Oh oh. Ich sag halt einfach nichts mehr. Ich schenke es halt wirklich direkt hier noch. Schön. Einfach nur ideal. Ey, diese Mechanik zum Switchen... Ich weiß nicht, warum die existiert. Es ist halt so random irgendwie. Du denkst nicht dran, keiner denkt dran. So hey, da könnt ihr switchen. Also nee, einfach also... Ja, ich switch jetzt halt mal, weiß, was so ist. Und äh... Das ist bestimmt gut. Ja gut, okay. Uns fehlt natürlich jetzt ein K-Attack. Und 50% Crit-Schaden. Ist natürlich jetzt schon eine ganze Menge. Ähm... Abgesehen davon... Ich glaube trotzdem, dass unsere Chancen noch ganz gut stehen. Also mein Schaden ist, glaube ich, hoch genug, damit wir das hier packen. Ich denke... Ich denke... Ich denke schon. Oh Gott. Dieses kleine Mistvieh. Ich geh jetzt ein bisschen weiter weg. Wenn es den switcht, dann einfach direkt F7. Also F7 auf den Knight ist halt dieses Deadminsler. Dass er direkt wieder Akku kriegt. Der Knight. Joa, gut. Ich meine, ist das eine schöne AFK-Aufgabe irgendwie hier so? Man kann halt... Nicht kommen mit der AFK, aber... Also, ich weiß nicht. Ich meine, lass uns mal kurz schnell nachschauen. Wie viel... Ich glaube, es ist halt legit einfach ein zweites Kolosseum. Ich meine, der Knight kassiert das nicht. Ich meine, der Knight hat 10k DEF oder so. Der hat 9200 DEF. Ähm... Den haut er jetzt so schnell eh nix um. Und, äh... Natürlich, klar. Der kriegt das viel weniger Damage. Wobei, er hat 7,5k Crit-Block. Das macht 75k Crit, wenn ihr durchkommt. Ich meine, gut. Hier haben wir natürlich unser... Unser cooler Set mittlerweile. Plus 14 natürlich auch schon 6% Damage Reduction. Das hört man jetzt auch nicht, ähm... In irgendeiner Art und Weise. Boah. Das ist immer geil. Das hört man jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise, ähm... Vergessen. Kurz einen Screenshot machen fürs Video. So. Ähm... 1,5k... Ja. Also, ich meine... Ich glaube, man könnte hier wieder Solo reingehen. Ich habe am Anfang so ne gute... Äh... Also, mittlerweile haben wir eine ziemlich gute HP-Rate. Ich meine, jetzt 40k normalerweise. Ähm... Hey, warum schaffen wir es nicht? Ist doch easy. Dauert doch nur ein bisschen. Ich meine, das Einzige, was halt so ein Problem ist, ist halt die Zeit. Aber ich meine, auch von der Zeit her schaffen wir es eigentlich. Ich glaube, das Einzige, was man sich halt viel fragen muss, ist, ob das Ganze halt in irgendeiner Art und Weise, ähm... Ob sich... Ob sich... Also, ähm... Ich suche gerade das richtige Wort dafür. Ob es wirtschaftlich ist. Das suche ich, das Wort. Ist es halt wirtschaftlich, wenn man hier halt... Ähm... Ich weiß gerade nicht, was Catzy für ein Problem hat. Kann gar nicht ganz mit. Ähm... Ob es halt wirtschaftlich ist, wenn man hier irgendwie 20, 30 Minuten drin verbringt. Ja, 30 Minuten wahrscheinlich. Äh... In der Zwischenzeit kann man auch leveln. Und so ne halbe Stunde leveln bedeuten halt einfach auch mal... Wie kriegt man ungefähr? Kann man überlegen. Ähm... Hm, 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 hm. Ja, 8, 9 Perin, glaube ich. Man levelt halt sogar noch dazu. Man kriegt noch Chips. Viele Chips. Viele verschiedene Chips. Okay, wir haben schon ein bisschen Angst, dass die mich hier gleich verkauen. Ja, 2,5... Wobei gut 27k Crits, wenn das... Ja, aber das geht halt irgendwie auch klar. Ich überlege gerade, wenn man die Viecher mit den Knights sammeln und dann AOE'n. Ich weiß nicht. Ich meine, ich mache halt ungefähr... Was mache ich? 80, 90k AOE Damage? Ja, ja, 80k. Ähm... Hm, 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 hm. Wir haben die hier... Nein, das ist zu viel HP. Oder? Bedingung bereich. Boah, ich muss gerade mal überlegen. Ich meine, sammeln wäre natürlich instant. 80k AOE Damage. 10 AOE, 800 Karte Damage. Eine AOE ist ungefähr so viel wie ein Head. Ne, warte mal. Äh, Action Slots sind nur 5 drin. 2, 2 Action Slots für eine 800 Karte Damage. Ähm, wir haben wieder 3 Action Slots. Ein bisschen mehr. 4, 5 Action... 4, 5 Action Slots. Hm. Also ich meine, schnell ist das auch nicht unbedingt. Ich glaube, wir brauchen noch irgendeinen Bildposter drin oder so. Der einfach nur bufft. Die Headboxen von diesen 4ern sind wieder richtig AIDS. Du kriegst die halt nicht angeklickt. Ja, wo... Ah, hier unten bei diesen Dingern sind die Headboxen. Richtig AIDS. Mann. Ey, Fly von Headboxen ist das Problem. Wird echt immer größer so gefühlt. Was wird immer schlimmer, besser gesagt? Du kriegst die Viecher nie angeklickt. Äh, das ist halt echt nervig. Ja, also vielleicht hat es ja mies. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wie in Fly von Headboxen gemacht werden. Ich denke mal, die Mops sind Custom. Die sind jetzt nicht... Oder denkt ihr die... Ne, ich denke nicht, dass die hier... Dass die hier die Mops erstellt haben. Beziehungsweise halt von einem anderen Game integriert haben. Ich meine, es könnte sein und so, klar. Aber... Oh Gott, nur 10 Minuten Zeit. Ähm... Es könnte sein und so, klar. Aber... Ich denke nicht. Ich denke, dass es... Wobei... Ich weiß es nicht. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen. Es kann schon sein, dass die halt die Mops hier aus dem Offi genommen haben. Oder dass genau das hier die Offi-Mops sind. Ähm... Ich meine, das hier sieht zum Beispiel echt aus wie ein Offi-Mop. Die gerade eben, die sahen irgendwie eher... Weiß nicht. Random aus. Ich kann mich täuschen. Naja, 74 Kacritz. Hm... Ich überlege gerade hier. Wie kann man dieses Zeug am besten förmen? Ich glaube, so ein Tank bringt gar nicht viel. Vor allem die große Frage ist natürlich auch... Ähm... Skaliert das Ganze hier wieder mit? Ich schaue mir ganz kurz ins Wiki rein. Wenn wir hier mal Center-Sumpt. So, Endless Tower. Äh, similar to the Colosseum Tower. So, weekly entry PVE-Activity. It consists of multiple stages. Bla 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 bla. Ähm... Hm-hm-hm-hm-hm. Ähm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Achso, es gibt noch einen Endless-Mode. Ah ja, okay. At least one run. Also, ein Run bedeutet halt ein ganzes... Also... Einmal hier alles... Einmal alles durchmachen hier. Rewards. In both E's in Endless-Mode you will be awarded Endless-Crystals, which can be exchanged at NPC for Super-Skulls. Ach, stimmt, nee. Ich lieg' falsch. Äh... Man kann aus diesen Dingern hier irgendwie so eine Scroll kriegen, was ja dann zwei bis acht Stat-Punkte gibt. Ich mein... Also man braucht erstmal, glaub ich, irgendwie zehn Stück hiervon und ich glaub nochmal fünf dieser Restart... äh, also dieser... Wie heißt denn hier? Oder da zum Beispiel dieser Scroll of Dexterity. Ähm... Oder Dexterity. Äh, davon braucht man fünf Stück und zehn hiervon. Und dann kriegt man halt so eine Superscroll da und dann kriegt man halt die zwei bis acht Decks statt. Eine bis vier Decks. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Bin jetzt da grad nicht so ein Grassoff. Also, ich würd dieses Zeug hier niemals farmen. Ich glaub, das ist auch der Grund, warum es niemand farmt. Für Sphere-Crit richtig nice. Sphere-Crit ist mein... Liebe, ich definitiv. Aber, ähm... Was heißt das? I's of Season 5. Guilds can now compete for special Guild Buffs, similar to S-Modans Trial Buffs. Suspending... Ah, okay, ja. Ja, das sind diese sehr komischen, ähm... Penia Buffs und so weiter da, die man kriegen kann. Ich kann's mir kurz schon zeigen. Hier diese Buffs. Ne. Blessings, nicht Buffs. Genau. Zum Beispiel für Trials kriegt man sechs Prozent Penia Buff. Und für Endless Tower kriegt man um sechs Prozent Penia Buff. Und ja, sind wir schon... Also, in meinen Augen ist es schon ein bisschen fraglich. Man kriegt halt zwölf Prozent. Idealerweise zwölf Prozent mehr Penia. Ähm... Wo ich nicht weiß, ob das halt so... So cool ist. So sinnvoll ist und so. Ich mein, zwölf Prozent Penia sind halt wirklich... Wie ich schon in einem vorherigen Video mal erwähnt hab. Also in meinen Augen ist es halt viel zu viel und... Der Snowball, der Schneeball-Effekt, der dadurch entsteht... Oh, ne, 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 ne... Ähm... Das ist halt wirklich schon ziemlich... Äh... Ziemlich krass. Also... Ich... Wenn ich jetzt... Wenn es jetzt mein Server wäre... Ich hätte sowas wahrscheinlich jetzt nicht eingebaut. Und so gar nicht halt so extrem wäre. Dann hätte ich halt irgendwie das so gemacht, dass es halt... Das Maximum einen gleichzeitig haben kann. Aber halt nicht beide. Ich mein, es gibt bestimmt Gründe, warum es halt nicht so macht, aber... Ähm... Keine Ahnung. So, es gibt aktuell eine Top-Gilder. Und diese... 60 Endless Crystals, okay. Oh Gott, Alter. Und diese Top-Gilder, äh... Die farmt sich halt hier quasi tot irgendwie. Drei... Okay, warte mal. 2,3k Block, das heißt... Oh Gott, wie die durchgritten? Ich will nicht wissen, wie viel das die gritten. Noch gritten die nicht. 3,4k, 4... Okay, äh... Das ist über die mal. Das passt. Ich mach trotzdem... Nee, noch nicht. Oder wie lange dauert das? 13 Minuten, das passt. Ähm... Ja, also... Ich hab's nicht so gemacht. Wie gesagt, 12% Pin sind wirklich echt eine ganze Menge. Ja, also... Wenn man's halt mal so überlegt... Wenn jetzt halt... Ich sag jetzt mal... Gilder 1... Farmt zum Beispiel zu einer Stunde... Sagen wir mal... Weiß ich nicht... 18 Perien. Und Gilder 2 farmt einfach mal... Gut 2 oder 2,5 Perien mehr. Pro Stunde. Also 18 Perien sind momentan das, was ich farm. Ähm... Was wirklich eine ganze Menge ist. Also wenn man halt so überlegt... Ist das so wirklich Stunde für Stunde... Und Spieler pro... Also Spieler für Spieler. Ey, also ich mein... Dieser Schneeball-Effekt. Wenn man's halt... Wenn man's halt in der Gilde... Oder wenn es keine anderen Gilden gibt... Die halt dann ähnlich... Auch nur annähernd ähnlich... Ähm... Competitive sind. Ich mein, die farm halt wirklich... Die farm mit sich ja tot. Die farm halt gute 2 Perien mehr. Ja, jede Stunde. Und... Da muss ich ja ganz ehrlich sagen... Ich weiß halt nicht, ob das so cool ist. Also ich bin... Jetzt kein Fan davon. Das... Muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm... Ich mein, ich bin in einer Gilde, die mittlerweile relativ inaktiv ist. Ich hab ja keine... Keine Chance, da auf irgendwelche... Irgendwelche Buffs zu kommen oder so. Also so gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm... Insofern... Ist es halt einfach schade, dass ich halt... So in den Genuss nicht kommen kann. Ich mein, klar... Es ist Modems, Trials und so... Aber ich kann ja auch nicht... Ich kann ja auch nicht Solo-Farmen. Also... Ich mein, selbst dieser... Ähm... Der Buff für den 2. und 3. und so... Ja... Ja... Keine Ahnung. Ich mein, ich müsste halt zu dem mit den Gilde gehen, dass ich halt eben auch den Buff hätte. Und dann würde es abgehen ohne Ende. Weil ich mein, die Gilde, die halt diesen Buff hat... Ähm... Also die Spieler, die werden halt immer Vorteile haben. Das ist einfach so. Und ansonsten... Ja, weiß nicht. Ich mein, so... Das Größte... Das Größte, was du dann immer so hast, ist... Also du brauchst halt in Civil Life echt immer... Mates... Ähm... Zum Farmen. Und zwar so viele aktuell. Also das ist halt schon echt... Äh... Schon echt krass eigentlich. Muss man schon echt sagen. Äh... Es ist echt krass, wie viele... Wie viele Spieler es mittlerweile braucht. Und... Vor allem viele sind einfach auch nicht... Immer da. Oder haben nicht immer Zeit. Was auch normal ist. Und... Naja... Nur weil es... Ich farmen will, heißt es noch nicht, dass ich dann auch farmen kann. Oh Gott, ich könnte mich killen. Ähm... Ich kann nichts mehr. Ich kann das nur anmachen. Alter, Hitboxen sind halt echt ein Krampf. Fuck, ey. Ich hoffe, dass den killt mich wirklich nicht. Aber ich mein, Auen macht ja auch kein Summen. Ketze. Ketze hat ja einfach auch echt ne wahre Freude. Ja, jetzt wird es echt knapp. Ich kann nicht sterben sollen. Das war, glaube ich, echt gerade so der größte... Der größte Fail einfach. Also gut, ich muss sagen... Also gut, ich muss sagen... 23... Zwei Stufen haben wir dann hinterher noch. Der letzte wahrscheinlich den Boss. Ein Boss kann wahrscheinlich Locket tanken. Also dann kann ich Locket tanken. Ähm... Hm, 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 hm. Ja. Jetzt müssen wir mal abwarten. Wirklich mal abwarten. Jetzt müssen wir mal schauen. Äh, ich bin relativ zuversichtlich. Ich denke, das funktioniert. 320 Crystals mittlerweile. Ich mein, die sind halt echt geil. Die sind halt cool. Aber wer soll die halt jetzt... Also... Wenn es halt nur wirklich nur vier Items dafür gibt, die man nur verkaufen kann. Ich mein, es ist ja toll, dass die irgendwie Content reinbringen und so. Aber es gibt halt sehr oft einfach keinen Grund, diesen Content zu spielen. Ich mein, Colosseum hat Gründe, das zu machen. Fuck, ich hätte nicht auf Act of Gena... 3,1 Kackert Block. Äh, nur Block. 4 K... Ja, okay. Ich kann es überleben. Ich glaube, ich überlebe es. Es ist echt eng. Oh. Es wäre irgendwie... Oh, Alter, diese Hitboxen, Mann. Junge. Hier ist nicht... Seht ihr meine Maus? Nur, wo das Schwert ist, ist eine Hitbox. Warum ist hier keine Hitbox? Oder was ist denn das? Hä? Hä? Auf dem Mob selbst ist das keine Hitbox. Nur den Armin oder so? Hä? Was? Alter, die Hitboxen sind echt mein richtiger Krampf. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Das ist halt echt blöd. Also ich sehe hier schon, wenn man die Mopse killen will, dann braucht man entweder ein bisschen ein STA-Gestet oder halt ein STA-Pad. Ähm, oder ein 150er Set, welches man geabt hat. Ansonsten kommt man da echt kaum bis gar nicht drum rum. Oder halt dann zumindest bald, und den kaufe ich mir jetzt ebenfalls so bald, ähm, einen, äh, Skelton's Devil Cloak. Äh, das ist in meinen Augen wirklich das, eines der, oder, besten Investitionen, die man hier machen kann. Junge. Ja, ich kann das ja nicht anklicken. Oh, Mann. Ja, es sind immer so Nuancen. So, so kleine Sachen in Flyfe, die funktionieren, oder die in Flyfe fehlen, oder. So, Flyfe hat halt einfach keine großen Schnitzer, aber. Es scheitert immer an solchen kleinen, blöden, behinderten Sachen. Ja, äh, wir haben, wir haben nie, es ist nie, dass man so sagen kann, so, boah, da kommt das unspielbar, und hier, safe verloren, oder irgendwie Datenbank kaputt, oder, gut, Datenbank hat jetzt nichts mit Flyfe zu tun, aber, ähm, irgendwie halt, irgendwelche Game Break, die gibt's halt echt selten. Aber, gleichzeitig halt, dann hast du halt irgendwie so viele kleine, nervige Sachen. Äh, das ist halt schon echt ein bisschen, ein bisschen fraglich. Aber gut, das ist es in Flyfe. Zwei Minuten noch, das heißt, wir schaffen es locker, wenn man den Botters überlebt, dann, äh, hab ich meinen Sphere Crits, äh, Katzi auch, leider nicht auf dem Hauptcharakter. Aber. Oh Gott, der macht 9,2k Block. Uiuiui. Ja, das könnte ein bisschen, das könnte spaßig werden. Ähm, deswegen so ein bisschen tanky auch. Ich bin mir gespannt, wie viel, äh, HP das das für ihr hat. Aber es ist auf alle vielleicht einiges. Ich hab jetzt nicht alles angemacht, ich konnte hier nochmal 5% Tank raus und eine HP rausholen, merke ich gerade. Klar, hier könnte ich auch die HP herziehen. Ähm, oder ihr dann, je nachdem. Ähm, was haben wir sonst noch? Gut, ich mein, diese Suns, die sind schon, die sind exklusiv, aber halt auch ziemlich nützlich. Ja, Superstar Candy sieht echt schon aus, so ein Must-Have. Ich mein, wir könnten noch ein bisschen DPS rausziehen, aber halt echt nicht viel. Nein, 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 hör auf. Eine Minute, ungefähr ein Fünftel. Ja, das passt, das passt, das passt. Das schaffen wir. Das ist Mail-From-Vendor-System. Ach, abgelaufen wahrscheinlich. Oder, was ist da los? Expired da, genau. Naja. Also ja, so weit, so gut. Sieht aktuell echt gut aus. Wir haben jetzt ungefähr fast zwei Drittel, äh, also wir haben fast ein Drittel geschafft in, ähm, eine Fünftel der Zeit. Das heißt, es ist definitiv machbar. Wäre ich jetzt hier gerade nicht gestorben vorher, dann hätten wir das Ganze noch ein bisschen schneller gemacht. Also ja, bis jetzt ungefähr 30 Minuten, ich weiß halt echt nicht, ob 30 Minuten sich jetzt schon so lohnt. Ähm, ich tendiere jetzt mal eher zu Nein. Äh, und man macht das Ganze echt nur fürs Fair-Crit, weil alles andere, äh, das Ganze andere macht keinen Sinn. Also diese komischen Rollen da, okay, dann mach ich halt irgendwie mal fünfmal hier auf meine fünf Sachen, die rollen drauf und dann, da brauch ich's nicht mehr. Also insofern muss ich sagen, äh, bin ich da schon echt so ein bisschen, ich will sagen schockiert, aber schon ein bisschen verwundert. vielleicht ist das halt auch so ein Last-Minute-Ding, was sie eingebaut haben und, ähm, ging halt nicht mehr auf die Schnelle. Kann ja alles sein und so. Nur, ja. So aktuell, so aktuell würde ich halt so sagen, nee, lohnt nicht. Also außer das Fair-Crit lohnt sich halt wirklich richtig, dass man so sagen kann, jo, hier, keine Ahnung, da kriegen wir Sachen, bringen vielleicht auch was dem, dem, äh, Night oder so, dass man halt vielleicht irgendwie so Damage-Reduction kriegt oder so, gibt's ja da. Ähm, vielleicht lohnt sich's dann. Vielleicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, also hier einen Run zu machen, den ganzen Run, damit ich dann vielleicht wieder einen Fair-Crit freischalten kann, also eine Sphäre freischalten kann, ich meine, wir reden hier von 30 Minuten, von 35 Minuten pro Run und das ist halt, es ist halt viel zu lang einfach. Es ist wirklich viel zu lang, die Zeit, die man hier braucht, für einen einzigen Run, ähm, das, nee, das ist halt, das ist halt. Welt-Fremd. Also vielleicht skaliert es nicht und man kann hier mit einem zweiten Charakter reingehen und so, vielleicht kann Catzy noch einen Ranger mitnehmen, dann sind's vielleicht, weiß nicht, 25 Minuten, 28 Minuten, keine Ahnung. Ähm, ich hab noch mal Fragen. Aber ja, ich muss sagen, es ist relativ entspannt, also es ist hier nicht mit Skills und so, äh, ich meine, mittlerweile komm ich zumindest ansatzweise mit klar, ich find's aber immer noch nicht geil, mir gefällt es immer noch nicht, ähm, aber gut, ich hab mich damit abgefunden bisher, äh, ändert wie gesagt nichts an der Kritik an den Dungeons, aber von den Skills, ich meine, ich hab's akzeptiert, wenn's ja auch Skills, oh Gott, gäbe, ähm, würde ich zumindest akzeptieren, ich würde es nicht gut finden und so weiter, hab ich schon genannt, aber, ja, whatever, also, so ist es halt einfach noch ein Stück angenehmer und da halt hier einfach eh nicht so sehr viel bei rumkommt und, naja, also, ich mein, ich find's ja ganz gut, dass es so ist, wie's ist. Naja, bravo. Ähm, wenn wir hier natürlich jetzt irgendwie noch mehr farmen können, damit es ja auch Colosseum-Token geben würde und so, dann wäre es natürlich eine ganz andere Sache. Aber nur das, was es aktuell gibt, ich meine, gibt's ja nichts, ja, also, wie gesagt, diese Rollen geschenkt. Braucht keiner. Sphere Grid ist halt okay, aber, also, wir werden hier definitiv nicht das Sphere Grid farmen mit, mit, mit einem Run pro, äh, beziehungsweise, wenn man es überhaupt farmen kann. Ja, aber die große Frage ist ja, ähm, also gut, natürlich gibt's das, gibt's den, äh, Modus auch noch für die, für die Gilden halt dann als Ergänzung zu Trials. Kann man irgendwie schauen, wer die meisten Runs schafft und so, also, was die meisten und Wellen schafft, wo man ehrlich sagen muss, das ist halt auch echt ein bisschen witzlos, also, irgendwie, die, die Top-Gilde hat hier zweieinhalb Stunden drin verbracht und hier Runs gemacht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich keinen Bock drauf. Das wäre halt so. Wer ist das Sphere Grid Level Up? Ach du Scheiße, okay. Gut. Ähm, ich hoffe, das gab jetzt nicht irgendwie XP dafür oder so. Okay, was haben wir jetzt alles bekommen? Wir haben jetzt hier Endless Tower 1 von 4. Oh, gut. Fünf, 50 Punkte gibt das Ganze. Fünfzig. Ähm, Sphere Grid. Ok, wir haben diese Endless Tower 1 von 4. Oh. Also ich muss es sagen, alter, 1-Z-Punkt. Ja, also muss ich mal ganz kurz schnell nachsehen. Ähm. Hier. Sphere-Crit. Mal kurz durchlesen. Sphere-Crits are late to endgame features, allows you to further boost the character by participating in Endless Mode of Endless Tower. In order to unlock the Sphere-Crit, you must first complete Easy Mode of Endless Tower at least once. Haben wir gemacht. Completing stages of Endless Tower will give you Sphere-Crit experience, with each stage giving more experience to a cap. Every time you level, you will be able to unlock a new Sphere on the Sphere-Crit. You can only unlock Sphere-Connected to the Sphere you already unlocked. Okay, das ist klar. Thank you, Floody, for making the Dropdown-Menü. Okay. Ähm. Ja gut, aber was gibt's hier? Ui, 1% Attack. Das ist cool. Attack-Prozent. Wo gibt's das hier? Oh. Hm. Also 5% Attack kann man herkriegen. 5% Attack, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10% Crit Rate. Mhm. Increased AP gibt's 2, 4, 5 mal. Crit Damage. Crit Damage? Warum gibt's Crit Damage so oft? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, wobei sind aber auch nur so 10% Crit Schaden. Damage while using a bow. 20. All Stats. Boah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich mein, was, was meint denn ihr? Ich weiß es nicht, wie schnell es geht. 200 EXP brauche ich hier. Auf Level 148 braucht man 63.816 EXP. Ah ja, warte mal, hier ist ein Bild. Ähm. Wenn man alles unlockt, bringt es 30 All Stats, also 30 Int, 30 ST, oh, das ist ein scheiß GIF. Ähm. 30 All Stats, 15 Speed, 1400 HP, ähm, 5% HP, 5% Tag, 15% Cast, 100, äh, Damage while using a bow, All Stats 10, äh, na, boah, 30 Stats, also 30 Decks zum Beispiel, also 30 Decks und 30 STA zum Beispiel oder sowas. Ähm. Hm, 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 hm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also wir werden mal ein paar Runs machen und mal schauen, wie schnell es geht und sowas alles bringt. Ähm. Okay, jeder Glass hat schon mal andere Effekte. The Night hat STR vor allen Dingen. Okay, ist interessant, ja. Ich meine, es ist halt okay. Warte mal. Empty Sphere you can place any Sphere you want. Warte mal. Warte, 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 warte. Sphere. Die gibt es doch als Item. Ach, die gibt es ja, gibt es ja spezielle Dinger. Sphere of Double Damage. Double Damage Chance? Willst du mich verarschen? Okay, und wie und wo kriegt man diese Dinger? Ey, warum, warum gibt es das so overpowered ist da drin? Ähm. Jetzt lass mich mal kurz schnell schauen. Ähm. Wo sieht man hier die? Toll, sind die irgendwie hier empty? Die kann man aber halt auch nicht. Kann man das nirgends erkennen oder so, oder? Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. HP, HP, scheint alle gleich aus für mich. Ähm. Ja gut, ich weiß es halt nicht. Also, es gibt auf alle Fälle das einmal, vielleicht auch zwei, drei, viermal. Wow. Also ich denke, das kann nett sein. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal testen. Ähm. Ist auf alle Fälle ein riesiges Grindfest wieder, was mich halt so ein bisschen abfuckt, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Ja, ansonsten gibt es hier halt noch den Händler. Äh. Den Exchanger. Ja, viele Sachen. Ist halt wirklich, wirklich ein Witz. Aber wir können es einfach mal exchangen. So. Drei Stück. Drei von diesen Scrolls wahrscheinlich sehr viel wert. Ich mach trotzdem was mit drauf bei mir. Ich hab Dex plus zwei beibekommen. Geil. Und nochmal Dex plus zwei. Und nochmal Dex plus zwei. Und nochmal Dex plus zwei. Richtig gut. Hat insoweit einfach mal relativ wenig gebracht. Ähm. Kostet noch auf mit diesen Rollen. Von denen hat man jetzt nicht so viele. Äh. Äh. Ja. Es ist halt. Das Endgame von CWF Life ist halt wirklich ein Grindfest zu negleichen. Und ich muss sagen. Find ich jetzt nicht geil. Aber ja. In dem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mal. Mal.